Diese Geschichte hat ein gutes Ende. Ein ungewöhnlicher Kriegsflüchtling aus der Ukraine hat endlich ein neues Zuhause, und zwar in Schottland. Der Bär Jampil hat die vergangenen sieben Monate in Belgien verbracht, um sich dort von den Kriegstrapazen zu erholen. Jampil ist nach einem Dorf in der Region Donetsk benannt, wo er einer der wenigen Überlebenden war, die von ukrainischen Truppen in den Überresten eines zerbombten Privatzos gefunden wurden. Jetzt lebt er gut versorgt in Schottland.